Herzlich Willkommen zu HUA 20UHURFOLGE Hey da Leute, willkommen hier zu einer weiteren 20UHURFOLGE Herzlich Willkommen zu FIFA Mobile 22 Schön, dass du wieder eingeschaltet hast Und wir werden heute mit unserem Stürmer, der Stürmer Mit unserer lebenden Legende Eine Challenge machen Und die lebende Legende heißt Wie warten denn? Ich glaube, der hat über 90 sogar, kann das sein? Wir werden mit Finde ich ihn so? Ja, ich finde ihn so, aber das sind die deutlich zu teuren Ihr habt sie sowieso schon gesehen, deswegen muss ich jetzt hier kein Hackmack draus machen Wir werden versuchen, 25 Tore zu erzielen Mit einem Robert Lewandowski Und das Ganze mit der 10 Millionen Variante Für 9,5 Millionen Wenn ich es nicht schaffen sollte, werde ich den abstoßen Das heißt, es wären 10 Millionen Münzenputsch Also heute steht ordentlich was auf dem Spiel 95er Lewandowski vorne drin in der Box Ich finde es gut, dass Bayern ihn ziehen lassen hat Weil er hätte sich sowieso stur gestellt, sage ich mal Und deswegen finde ich das gut Und dann ist es jetzt endlich mal auch Aufgrund der ganzen Kritiker, sage ich mal Lewandowski hat es leicht gehabt in der Bundesliga Tore zu erzielen Ich sage euch, der wird auch in der La Liga die La Liga kaputt schießen Der wird da locker 30 Tore machen Punkt Der wird da locker 30 plus Tore machen Das sage ich euch Da gebe ich euch einen Brief und einen Siegel Und wir gehen rein In den Börses Angriff Und ich muss 25 Tore machen Nicht 30, Robert 25 Das heißt, in jedem Spiel 8 Und in einem Spiel 9 Und das alles mit Robert Lewandowski Und das wird heftig Das wird eine heftige Aufgabe Alleine halt schon 10 Chancen zu bekommen Und dann halt alle mit Lewandowski reinzuknallen Das ist jetzt nicht so einfach Und die Frage ist, wo ist Lewandowski? Ist er dahinter? Ne, da unten ist er Schön mit der Ballrolle vorbei Lewandowski mit dem ersten Tor Macht auch Sinn, er hat die 9 Macht auch Sinn, er hat die 9 Aber zum Kopfball kommt er da nicht hoch Geh, 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 geh Und einmal querlegen Latte, leck mich am Arsch Lewandowski macht keinen Scheiß Hier, zweites Tor nach 30 Sekunden Das ist viel zu wenig Das ist viel, viel, viel zu wenig Das ist eine Gute Flanke Und eine was? Eine Abnahme Den muss auch machen Und er köpft ihn ein Viertes Tor Diese Tore Ganz oben ist er Ganz, ganz oben Jawohl, jawohl, jawohl Quergelegt war gut Sechs Sieben Zwei Sekunden noch Ich könnte im ersten Spiel sogar die 9 Tore schaffen Wäre enorm wichtig Wäre enorm wichtig Ich bin ja, hab jetzt schon mal 8 Aber ich brauch Nein, was ist das denn jetzt hier? Ah, ich spiele auf Lewandowski Lewandowski Nein, er macht ihn nicht 8 Tore Das heißt, ich muss jetzt in einem der nächsten Spiele 9 Tore schaffen Aber ich hab gewonnen, das ist gut Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich mit Lewandowski in der Challenge hier quasi ein Versammelspiel gewinne Ähm Feier ich Und wir spielen gegen Momo26 Schauen wir mal Schauen wir mal Schauen wir mal Schauen wir mal Hauptsache Einfach auf Nummer Nummero 9 spielen Nummero 9 Da oben steht er Unten ist Messi Oben ist Lewandowski Ich zähle bei 8 weiter 8 Tore 9 Tore 10 Tore Puh Ich bin hier ganz schön am schwitzen Nicht nur wegen dem Wetter Auch wegen der Challenge Wetter ist hier auch Leute, hier sind gefühlt 35 Grad in meinem Zimmer Er hat 3 Tore gemacht Das heißt, er hat jetzt 4 Das heißt, ich hab jetzt 12 mit Lewandowski Und Querling Und Querling Und Rein Das Ding 13 Oh, die ist zu weit Viel zu weit, Balak Viel zu weit Freistos kann auch weg Ganz unten Ball kommt an Ball kommt an Ball geht rein 14 2 Tore Und dann hab ich 8 In dem 2. Spiel gemacht Oben ist er wieder Oben ist er wieder Oben ist er wieder Oben ist er wieder Quergelegt Und Bing Bong 16 Ganz unten 1 weiter 1 weiter Lewandowski Bitte mach ihn Er macht ihn Und er macht das 11 Ich hätte sogar noch unentschieden spielen können Gegen Türkisch Tabriz Und ich hab 10 gemacht Also ich bin bei 18 Das heißt, ich muss im letzten Spiel nur In Anführungsstrichen Nur 7 Tore machen 7 Tore Und die aktuelle O2 Rechnung Perfekt Kuss 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 Was ne Spitzerpartie Alter Was ne Spitzerpartie Und das ist ne Partie Wo ich jetzt Das erste Mal Genau die gleichen Chancen Habe wie der Gegner Das heißt, eigentlich sollte ich Jetzt noch mehr Lewandowski Ja, sagt man immer so leicht Und dann Hab ich am Ende gar keinen Angriff Mit Lewandowski 7 Tore 7 Tore Ich zähl runter von 7 7 Tore fehlen uns noch Also, come on Come on, come on, come on Come on, come on, come on Come on, come on, come on Und runter Jawohl 6 Weg mit der Kugel Nein, ich sag ja Lewandowski nicht im Sturm Da ist er dabei Da ist er dabei Und er bekommt ihn auch Er bekommt ihn auch 6 5 5 in einer Minute Ist machbar 4 Er muss es da oben sein Er muss es da oben sein Er muss es da oben sein Und er ist es Und es ist 3 3 Töhrchen fehlen noch Aua Er hat sogar direkt den Ball Er hat sogar direkt den Ball Und er macht ihn Und das heißt 2 Töhrchen fehlen Gehleber 1 Ein Tor in 20 Sekunden Also, wenn das jetzt hier Weiß ich auch nicht Wenn das schief geht Dann heiße ich Boris Becker Und ich hab's Ich hab's Lewandowski Bester Mann Bester Mann Der Robert Bing Bong Und er macht sogar noch Das 26 Ich weiß nicht Wie weit wir uns noch Steigern wollen Ob wir beim nächsten Mal 3 Spiele 30 Tore machen Aber das ist dann halt schon Ganz geisteskrank Ich fand 25 schon geisteskrank heute Heidewitzka Leute, wir haben's geschafft Wir haben's geschafft Faust in die Face Komm lasst ein Like Lasst ein Abo da Ich bedanke mich Und dann sehen wir uns Logischerweise beim nächsten Video Wieder hier Auf meinem Kanal Ich bin raus Und Tschüssi Govski Hey Wir sehen uns damit Zwischen неб Natürlich pic 病 aument uce Bis zum nächsten Mal uem 復 Das ist die amigos CDU